Kuriosum am Rande, Julius Wassmann coacht hier im Finale beide Teilnehmer, also zuerst Daniel Schumann und dann sein Papa Wassmann, dritter Satz bei den Bayerischen Eichnenkreuzmeisterschaften 2014, und die besseren Tipps waren scheinbar bei dir. Wie meint es jemand drüber gehen? 0-3. Hätte von mir sein können. In FWO. Also, in FWO. Who is in FWO? He shall be so... Hold him to the table so... Had it come over here? He's able to play with the ZWO. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank.